Die erschreckende Serie an Morden geht in Österreich weiter. Wir berichten ja fast wöchentlich, kann man sagen, über neue Tatverdächtige, über neue Fälle. Und ich spreche jetzt auch mit der Psychiaterin Sigrun Rosminitz darüber, warum das denn so ist. Vielen Dank einmal fürs Kommen. Gerne. Jetzt habe ich mal eine Frage. Kann jeder von uns töten? Ist das böse in uns? Also wir haben das ja, wir forensischen Psychiater betonen das ja immer, dass jeder ein destruktives Potenzial hat. Aber Gott sei Dank die meisten gut eingehüllt und auch im Leben nie in die Situation kommen, dass das zu einem Tötungsdelikt führen würde. Das muss man sagen. Aber es gibt keinen nur guten Menschen. Es gibt aber auch keinen nur schlechten Menschen. Also überall ist ein Gemisch vorhanden. Aber der Großteil hat gelernt und das muss ja auch eine Gesellschaft lernen, um zu überleben, mit Spannungen, mit Aggressionen, mit Frustrationen umzugehen und sie nicht sofort umzusetzen. Es fällt ja auch auf, dass gerade bei Morden, und wir berichten das ja wirklich sehr, sehr oft, zum Beispiel jetzt auch die Frau, die vor einer Leichenhalle tot aufgefunden worden ist, da sagt man drei Tatverdächtige im familiären Umkreis, im Bekanntenkreis. Genauso zum Beispiel der 37-Jährige, der seinen Ex-Schwager erschossen haben soll. Also das ist ja, man kennt quasi den Mörder. Und das ist eigentlich das Gruselige. Und was glauben Sie, warum schreitet man tatsächlich zu einer solchen Tat dann schlussendlich? Ist es seit Kindheit, dass da irgendwas in uns schlummert? Oder kommt das auch im Affekt? Planen die meisten das Ganze? Oder was glauben Sie, wie kann man die generell auch einschätzen? Also man muss generell einmal sagen, wir haben ja in Österreich wenig Straßenkriminalität, schwere Gewaltkriminalität meine ich jetzt. Und es gibt schon einen gewissen Schwerpunkt in Beziehungen. Also die eigenen vier Wände sind eigentlich gefährlich, könnte man sagen. Und es kommt gerade in Beziehungen immer wieder zu abrupten Durchbrüchen, wobei diese abrupten Gewaltdurchbrüche immer eine Vorgeschichte haben. Man sieht nur die Spitze des Eisbergs. Wenn also jemand plötzlich wohin fährt zu einem Verwandten oder gut Bekannten und den niederknallt, dann ist das die halbe Wahrheit sozusagen. Die ganze Wahrheit wäre, wie ist es dazu gekommen? Warum hat dieser Täter seine Spannungen, seine Wut, seine Vernichtungswut und seinen Hass nicht konstruktiv umwandeln können und loslassen können von irgendeiner Kränkung, einem Ärger? Wenn einer als Narzisst bezeichnet wird, der weiß ich, was er es nicht verdient hat zu leben, dann sagt das oft mehr über denjenigen aus, der sagt, als über denjenigen, den es trifft. Also das ist ein bisschen auch ein moderner Begriff der Narzisst im Sinne eines egozentrischen Menschen, der über Leichen geht und nur auf sich schaut. Also das heißt, in den eigenen vier Wänden, in Beziehungen, in Familien, in Liebesbeziehungen kommt es immer wieder nach Kränkungen, nach Demütigungen, nach längeren, oftmals jahrzehntelangen Vorgeschichten zu einem abrupten, meist harmlosen Auslöser. Und das eine Mal war dann zu viel. Jetzt ist ja auch so, wir sprechen immer darüber, was ist los mit Österreich, es steigen die Morde, aber so gesehen kann man das gar nicht wirklich sagen, zum Beispiel auch von der Statistik her, 2012 mit 77 Morden in Österreich, 2021 mit 51. Also Morde gab es ja immer schon. Nur wird das vielleicht mehr durch Medien nach außen getragen, oder? Also das ist eine Fehleinschätzung, die man auch kennt. Es wird einfach medial größer aufgemacht und wir neigen auch dazu, was wir selber glauben. Und wenn man das nach außen sieht, dann ist das wie eine Bestätigung. Also über die Jahrhunderte hinweg sind wir sehr zivilisiert geworden, muss man sagen. Aber natürlich kommt es durch eine Häufung, die uns so vorkommt, haben wir das Gefühl, es ist ständig passiert, irgendein Mord. Und natürlich haben wir das früher nicht so hautnah uns holen können und haben das auch nicht bildhaft alles wahrgenommen. Das ist vielleicht geschrieben worden, aber das rückt jetzt alles zusammen und man hat das ja im Wohnzimmer letztlich. Zerviert sich am Tablet die ganzen Gewaltgeschichten und bekommt diesen Eindruck. Und die meisten Menschen glauben ja, es sind immer nur die anderen, weil man selber hält sich eigentlich für besser und die anderen für schlechter. Im Grunde haben wir alle destruktive Anteile. Jetzt ist ja auch so und es gibt unzählige Berichte, ich habe ein paar ausgedrückt, man soll in Wien seine Frau getötet haben. Frau starb durch Schläge, Frau starb durch Messerstiche. Es sind häufig die Männer, die ermorden. Was ist da anders bei Frauen? Haben die eine andere Helmschwelle? Oder warum ist das doch bei Männer? Sind die generell aggressiver? Oder wie kann man das überhaupt einschätzen? Also Frauen machen in der Gewaltkriminalität nur einen untergeordneten Anteil aus. In Österreich glaube ich sind es 10 bis 12 Prozent, deutschsprachig bis 15 Prozent an der Gewaltkriminalität. Einerseits sind Frauen eher Täterinnen von emotionaler und verbaler Gewalt. Andererseits, wenn sie Gewalt anwenden, dann wenden sie eine Gewalt an. Da müssen sie ihre körperliche mindere Verfassung wegmachen. Sie sind auch raffinierter dabei und müssen vorbereitendere Handlungen, Vorbereitungshandlungen treffen. Aber allgemein sind Frauen, wenn sie Brutalität anwenden und wenn sie Tötungsdelikte setzen, stehen sie Männern in nichts nach. Also Frauen sind nicht die besseren, natürlich auch nicht die schlechteren Menschen. Sie sind nur zahlenmäßig weniger vertreten, weil sie die Spannungen und die Aggressivität eher gegen sich richten. Also da hat man mehr psychosomatische Erkrankungen, Suchterkrankungen und so weiter. Während bei Männern das eher nach außen geht. Das kann man so sagen. Das Morden ist ja auch unterschiedlich. Man sagt immer zum Beispiel Messerstiche, dass es sehr persönlich ist. Das Erschießen ist irgendwie auch eine gewisse Distanz. Kann man so sagen oder ist das halt auch so eine Typfrage, blöd gesagt jetzt? Nein, man muss einmal sagen, näher sind die Hände. Am nächsten sind die Hände. Also wenn eine Mutter unter der Geburt ihr Neugeborenes tötet, dann ist dieser Nahbezug, der körperliche, muss man hier sagen, natürlich gegeben. Die meisten Mütter, die unter der Geburt töten, sagen, sie haben noch keinen Bezug zum Kind. Das war etwas, was einfach ein Klumpen war und das hat man irgendwie loswerden wollen. Da gibt es eine eigene Geschichte zu Tötungen unter der Geburt. Alles andere ist unterschiedlich. Ein Messer liegt überall parat. Das Messer ist das häufigste Tatwerkzeug. Erstaunlicherweise sind inzwischen auch Frauen mit Messer bewaffnet. Wenn man sie fragt, warum? Naja, man kann nicht wissen, in welcher Situation man kommt. Wenn man Männer fragt, dann brauchen sie das zum Apfelschneiden oder weiß ich was. Ich habe schon die unglaublichsten Geschichten gehört. Auch ich werde dann gefragt, ob ich nicht auch ein Messer bei mir trage. Ich trage zur Hand. Also das ist so ein Trend, der ist in den letzten 10 bis 15 Jahren, würde ich sagen, gewachsen, diese Messerattacken. Man hat zwar früher auch, der Qualtinger hat ja auch, glaube ich, besungen, die Mietze hat im Taschlauch ein Messer mit, für den Fall, dass irgendwas passieren sollte. Also es ist so nicht ganz neu. Natürlich gibt es auch andere Tatwerkzeuge. Schusswaffen zum Beispiel sind in Europa noch immer nachgeordnet, im Unterschied zu Amerika. Aber man weiß zum Beispiel, dass nicht nur Frauen, Jagdvereine oder Schießvereine zulaufen, sondern dass Frauen auch wirklich gezielt schießen lernen und auch bei Tötungshandlungen Waffen verwenden. Aber sie sind noch immer in einer Minderzahl. Aber das nimmt zu. Aber so diese Nahbeziehung sagt man eigentlich von den Händen. Jetzt haben wir auch einen Fall gehabt mit einem ehemaligen Nationalspieler. Der soll ja auch aus Eifersuch getötet worden sein. Spricht man da auch von einem quasi erweiterten Mord? Kann man das in diese Katholik... Also ein erweiterter Mord ist meistens ein Mord, wo der Täter sich selbst tötet, reaktiv auf die Tathandlung. Im Unterschied zu einem erweiterten Selbstmord. Ein erweiterter Selbstmord hat vordergründig die Selbsttötung im Blickwinkel und nimmt geliebte andere mit, um sie nicht in einer als bedrohlich oder krankhaft verzerrten Welt zu hinterlassen. Das sind unterschiedliche Begriffe, die medial oft vermischt werden. Wenn jemand tötet, nimmt man an, es ist ein Suizid. Und wenn wer jetzt mitgenommen wird ohne eigene Eigenwilligung, ist ein erweiterter Suizid. Das stimmt nicht. Also ein erweiterter Mord heißt einfach, dass eine Selbsttötung erfolgt, nachdem eine Tötungshandlung erfolgt ist. Und manchmal gehört das gewissermaßen zu einem radikalen Schlussstrich. Wenn Menschen mit Problemen, beispielsweise Beziehungsproblemen, nicht fertig wären, dann haben sie die Vorstellung, ich lösche alles aus, damit bin ich es los. Das heißt, man löst ein Problem, indem man sich selber, aber auch Beteiligte einfach auslöscht. Das ist leider etwas, was immer wieder vorkommt und das gerade bei Beziehungskonflikten vorkommt. Jetzt haben Sie auch analysiert in Medien zum Beispiel den Fall vom kleinen Leon oder der Vater. Das ist jetzt natürlich noch nicht rechtskräftig und generell, also es gilt die Unschuldsvermutung. Aber was glauben Sie, was ist so Ihre Einschätzung? Sagen Sie, ja, das könnte tatsächlich sein, da gibt es einige Fälle, die sehr ähnlich sind. Oder ist es, oder wie kann man das generell ausfinden? Weil er bestreitet ja auch diese Tat. Also das ist Ermittlungsarbeit der Polizei, da möchte ich mich gar nicht einmengen. Das ist nicht meine Profession. Ich kann nur sagen, wenn Kinder, die gehandicapt sind von ihren Eltern oder Angehörigen getötet werden, dann ist das oft der Endpunkt einer sehr wechselvollen und wechselhaften Beziehung, wo einer an eine Grenze kommt, wo man letztlich als Elternteil nicht mehr kann und auch etwas lösen will. In vielen Fällen nehmen dann die Eltern ja sich selbst mit oder versuchen das. In manchen Fällen ist das so, dass man das Kind, das schwerkranke Kind erlösen möchte, um es nicht länger leiden zu sehen. Das sind die sogenannten Barmherzigkeitsstötungen, die mehr Frauen, also meistens ältere Mütter eigentlich machen und die auch sagen, ich gehe dafür ins Gefängnis, aber ich kann nicht mehr zuschauen, wie mein Sohn, der irgendwo an einer ständigen Beatmung hängt, daran leidet und ich kann ihm nicht helfen. Also die halten ihre eigene Ohnmacht nicht aus. Aber es schwingt wohl auch immer mit, dass man sich selbst erlöst. Also wenn man jemanden anderen erlöst, mit dem man eng verbunden ist, den man pflegt und in der Pflege entstehen verschiedenste Gefühle, nicht nur Liebe. Jeder weiß, der pflegt und der gehandicapte Kinder hat, dass das an und über Grenzen geht. Und so kann es sein, dass man plötzlich den Entschluss fasst, das Ganze abzustellen und danach einen Neubeginn zu starten. Das ist, habe ich schon öfters gehört und das ist etwas, was dann halt auch umgesetzt wird. Ob das in diesem Fall so war, weiß ich nicht. Jetzt ist es auch so, es gibt ja sehr viele Serien über Serienkiller. Zum Beispiel Jeffrey Dahmer, ein wahnsinniger Netflix-Erfolg. Jetzt war aber, kann man schon sagen, Serienkiller gibt es in Österreich kaum, außer Jack Unterweger damals. Aber ist es auch so ein 80er oder 70er, 80er Jahre Phänomen, dieses Serienkiller? Oder warum ist das jetzt wieder auch verschwunden? Ich glaube, das ist primär ein US-Phänomen, also ein amerikanisches Phänomen, die Serienkiller. Und das war in Europa eigentlich nicht so. Es waren vereinzelte, zumindest die, die man entdeckt hat. Man weiß ja nicht, wie das Dunkelfeld ausschaut. Das hat es ja auch bei Frauen gegeben. Zum Beispiel Friede Blaunsteiner hat man ja auch gemeint, man hat ja zwar nur zwei Morde angelastet, den zweiten ja auch nur, damit sie nicht begnadigt werden kann, sozusagen. Weil in Österreich gibt es ja nur einmal lebenslänglich und nicht bei zwei angelasteten Morden oder verurteilten Morden zweimal lebenslänglich. Aber auch hier hat man gemeint, das war nur die Spitze des Eisbergs. Und da gibt es also viele in ähnlicher Art und Weise. Und wie viele im Dunkeln hier agieren und gar nicht entdeckt werden, das weiß ich nicht. Aber in Europa hat das nie so Fuß gefasst. Es gibt immer Einzelfälle, wo man draufkommt, nach Jahrzehnten, dass der nicht nur der Täter von damals war, sondern dazwischen unentdeckter Art und Weise etliche noch getötet hat. Aber so ein großes Phänomen, vielleicht auch nicht so groß aufgemacht wie in Amerika, ist das eigentlich nicht. Weil da gibt es ja das Phänomen, dass das FBI fand da dann ihre Fälle präsentieren. Also ich war, ich fing das Monster oder das Ungeheuer und dann erzählen sie halt, wie sie einen Serienkiller Ding festgemacht haben. Aber es ist kein europäisches Phänomen. Gibt es jetzt auch Anzeichen der Kindheit? Man sagt ja oft, ja, also der Bub hat schon zum Beispiel Katzen oder auch andere Tiere gequält, bis hin getötet. Kann man da auch schon die ersten Anzeichen erkennen, dass man sagt, okay, das ist vielleicht bremslich oder da müsste man so einen Psychiater mit dem Kind? Gibt es da tatsächlich schon so Punkte? Also Tierquälerei ist ein sehr ernstzunehmender Risikofaktor für spätere Gewalttaten, weil Tierquälerei mit Sadismus zu tun hat. Das heißt, auch wenn das nur ein Kind ist, das Kind fügt dem Tier Schmerzen zu und hat eine Lust dabei oder manchmal wird das ja auch so argumentiert, kann Grenzen ausloten. Es gibt ja auch Jugendliche, die jemanden töten und sagen, ich wollte einfach schauen, wie das ist, wenn man jemanden tötet. Das heißt, hier ist ein großes Defizit vorhanden, Grenzen wahrzunehmen, zu respektieren, zu fühlen. Viele dieser Kinder fühlen sich leer und beleben sich durch Gewalttaten. Und wenn jemand sadistische Taten macht, also Katzen quält, ihnen beim Sterben zuschaut oder immer wieder so heimtückisch ihnen auflauert, um sie dann einzufangen und ihnen Schmerz zuzufügen, dann ist das schon ein sehr ernstes Phänomen, weil es sind erste Anzeichen, dass es hier um sadistische Anteile sich handelt. Und dann muss man fragen, so kommt man ja nicht auf die Welt. Wie ist es dazu gekommen? Hat dieses Kind solche Erfahrungen selbst erlitten, die es einfach weitergibt, die für das Kind selbst vertraut sind und die es weitergibt und in späteren Leben sadistische Handlungen macht, um sich selbst aufzudanken und Macht und Kontrolle über den anderen zu haben. Weil es gibt keine stärkere Unterwerfung als das Zufügen von Schmerz und das Zuschauen, wie ein anderer leidet. Wenn das noch mit sexueller Erregung gekoppelt ist, dann sprechen wir vom sexuellen Sadismus, der übrigens nicht behandelbar ist. Der ist nur kontrollierbar. Also eine ganz tiefgreifende seelische Störung, die auch als Sexualdeviation, also als Perversion gilt. Und das kann Vorläufer schon in der Kindheit haben. Aber auch Gewalttaten können so anfangen, dass Gewalt an Tieren, an den Schwächeren abgeführt wird. Gewaltfantasien. Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Es gibt ja immer einen Mensch, der zurechnungsfähig eingestuft wird und unzurechnungsfähig. Jetzt sagen ja viele, naja, also jeder Mensch, der einen anderen tötet, ist ja irgendwie zurechnungsfähig, oder? Also der weiß ja, wo das Messer liegt. Der macht ja die ganzen Tathandlungen. Wie kann man das wirklich abstufen, dass man sagt, der ist zurechnungsfähig und der ist nicht zurechnungsfähig? Also das regelt gewissermaßen das Strafgesetzbuch nach den Merkmalen und wir prüfen diese Merkmale. Zurechnungsunfähig ist beispielsweise jemand, der an einer Geisteskrankheit leidet und der zwar geordnet handelt, aber in einem krankhaft verzerrten Milieu. Das heißt, jemand sticht auf einen anderen ein, weil er das Gefühl hat, der andere ist ein Dämon, der ein Gleichüberfallen, Vergewaltigung oder sonst irgendwas wird. Das heißt, die Wahrnehmung ist krank, die Motivation und die Willensbildung ist geprägt von dieser kranken Perspektive. Das Handeln an sich ist geordnet. Also auch derjenige muss natürlich die Tathandlungen so setzen, dass man sagen kann, wenn er ein Messer dem anderen hineinschickt, dann müssen Gedanken mit den Handlungsentäußerungen zusammenstehen. Oder bei einer schweren Berauschung, wenn gewissermaßen ein Dämmerzustand entsteht, dass man eigentlich desorientiert schon ist und die Vernunft komplett ausgeschalten, dann ist eine erkenntnisgemäße Handlungsfähigkeit, wie das so schön heißt. Das heißt, das Handeln, nachdem man überlegt hat, auch geprägt durch die Berauschung. Selten in Fällen schwere Intelligenzminderung. Man kann gut und böse, richtig und falsch nicht unterscheiden, kommt kaum vor. Oder eine wirklich schwere Erkrankung, die maßgeblich dieses Handeln gesteuert hat, die eigentlich in den Auswirkungen, in den sozialen, einer Geisteskrankheit vergleichbar ist. Wenn das vorhanden ist und wenn wir das feststellen können, dann wird die Schuldunfähigkeit psychiatrisch begründet, muss noch immer vom Gericht akzeptiert natürlich werden. Und dann ist zu prüfen, handelt es sich hier um eine schwere und nachhaltige seelische Störung und muss der Täter oder die Täterin in einer forensisch-therapeutischen Einrichtung untergebracht werden, zum Schutz der Soziatät, aber auch zum eigenen Schutz des Täters. Es war wie immer sehr interessant. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Gerne. Vielen herzlichen Dank.